Okay, dann wollen wir da mal reingehen, mal gucken. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen mal retten. Natürlich mega geil aus mit dem Druiden. Oh, okay. Irgendwas brauchbares? Alles Geheimnis, ne? Oh, BD-Skin erhalten, okay. Ich habe jeden Blick. Hab's wahrscheinlich. Ah! Alter! Ja, scan den mal. Da bin ich auch mal gespannt, wer das ist. Willst du dich wirklich in das Ding einklicken? Okay. Ja, der hat echt gut gemacht, der Kleine. Irgendwo noch eine Kiste versteckt oder so. Da ist noch ein Punkt. So. Ah, Fähigkeitsbaum. Super. Also, Überlebenskraft ist ganz wichtig. Und natürlich auch die Fähigkeit mit dem Schwert und die Fähigkeit mit der Macht. Eigentlich alles. Eigentlich könnt ihr ja zugucken, müsst ihr die platt machen. Ich sollte mich zurückziehen. Ich sollte mich zurückziehen. Ich sollte mich zurückziehen. Gut, jetzt ist's nicht so gut. Ja. Da ist die Handkabe. Das ist die Hähigkeit mit dem Schlag. Wachstum! Ja, ich bin nicht. Da bin ich nicht. Ich bin nicht. Ja, ich bin nicht. Ich bin nicht. Und, nicht. Ja, ich bin nicht nur. Ich bin nicht. Oh, jetzt stirbt er ein Blick. Guck mal rein. Neues Lichtschweig. Neues Material. Oh. Oh, das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was war das? Noch eingekassert der Cutter. Mehr aktiven Cutter am Zellendruck benötigen sofort Hilfe. Er bringt durch und zerstört alles. Wir gehören zurück. Bitte rein. Gutes Timing. Oh, was. Ne, hier kann ich nix machen. Also geradeaus weiter. So. Seid ihr noch am Leben? Sie jetzt schon. Noch vom Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus sonst. Wir schaffen das. Versprochen. Ach ja, die Fähigkeitspunkte haben wir ja schon. Also besser gesagt, wir haben keinen und äh, deswegen können wir auch keinen vergeben. Okay. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist ja super. Ah. Wird's doch da nicht runterfallen. So. Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Versteigerung im Rückzug. Aufwarten. Durchwarten. Und schon parallel eighteen stellen. Vorrücken Jungs. Der gehört mir. Ich verschenne dich. Was ich weggekomme? Ach. Ich kann jeden einenensか, Jetzt hör ich das nicht. Ich glaube, ich bin fertig. Wir können uns alle erledigen. Keine Wachen? Ja, der Smörkling ist ein bisschen seltsam. Hey, wir wollen euch befreien. Ihr seid nicht alleine. Oh oh. Wir suchen sie nicht gestattet. Ja! Ei, ei, scheiße. Sie sind ausgesprochen. Ihr habt überlebt. Wahrscheinlich ist gegründet. Es ist gegründet. Es ist gegründet. Au. Au. Ja, der hat es gebraucht, haben wir es ihm besorgt. Super, jetzt müssen wir nur noch die Halsbänder ändern. Oder besser gesagt entfernt. Ich helfe gern. Wer will ein paar Ems bekämpfen? Dann helfen wir den Mookies mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Saw wartet da vorne. Versperrt. Na ja, die war ja versperrt. Was ist denn jetzt lang? Ist er jetzt hier lang? Ja, Mann. So, ist da vorne. Ist es nicht weit? Ich dachte schon, ich lande da am Sompf. Ah, jetzt geht's runter. Gucken. Oh, aber ich würde sagen, beim nächsten Speicherpunkt machen wir erst mal Schluss. Oh, na gut. Was ist es? Ich kann sie nicht öffnen. Hier geht's auch nicht weiter. Das ist jetzt blöd. Können auch nirgendwo anders hin, ne? Man muss wieder nach oben. Fall nicht zurück, BD-1. Ah, alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. So, jetzt müssen wir es hier nochmal überladen. Gut gemacht. Da muss noch ein bisschen mehr nach rechts. So muss es ja eigentlich gehen, oder? Jo. 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 Geh! 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 Gut, wer hat? Einmal? Super, gut gemacht. Ziel erreicht. So, dann fahren wir jetzt mal wieder runter Mal gucken, was da so ist Ah, hier ist noch ein Speicherpunkt Oh, wieder ein Fähigkeitspunkt Was ist das? Ah, super So, und da drin konnte ich doch was überladen Mal gucken, was wir mal rein Das Ding muss überladen werden Super Hat er gemacht? No Ja, das ist die Frage War das jetzt richtig? Oh, hier können wir nichts mehr machen Oh, hier können wir nicht 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 mehr machen Ah, hier ist unser Ziel Okay, dann muss ich ja wieder umdrehen Okay, okay 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 Wow Okay 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 Untertitelung des ZDF, 2020